Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Passagier ist gestorben. Er wurde ermordet. Der Mörder ist ihr in diesem Zug. Und jeder von ihnen ist ein Verdächtiger. Dann wollen wir mal einen Mörder fangen. Ein Mann hat mein Abteil durchwühlt. Mitten in der Nacht. Sie sind sicher, dass es ein Mann war? Ich kenne das Gefühl, wenn ein Mann in meinem Schlafzimmer ist. Was ehlten Sie von dem Toten? Lassen Sie sie da raus. Hatte er Feinde? So viel Sie wollten. Der wahre Mörder ist genau ihr. Es ist einer von ihnen. Wir sind umgeben von Lügen. Ich schlafe hier, wo mich jeder sehen kann. Und wo ich jeden sehen kann. Wer nimmt das Messer auf? Vertrauen Sie niemandem. Niemandem. Vertrauen Sie niemandem.